Dieses Objekt heißt? Ist eigentlich egal wie es heißt. Hauptsache du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Weißt du Bescheid? Nee, braucht man nicht. Wir brauchen eine und eine Wand. Meinst du nicht, dass das geht? Aber ist doch super bei uns Power und so. Ja, ich kann jetzt kein Ding setzen, weil dann kann ich nämlich keine Portale setzen. Einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch hätte, wäre einfach mal so da. 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 Na, türi. Ich kann nicht Äh Ähm Doch geht Das Motiv hinter diesem Werk lautet Tod, aber das habt ihr ja bereits gemerkt Gut, du machst das Ding Was ist das? Hey Was ist das? Was ist das? Ja Ah, ah, ah 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 Ich schaust meine Stange ein. Ja, die Lichtstange. Ähm, okay. Oh, schau mal, weiter. Ey, cool. Nein, 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 nein. Okay. Ja, der kam ja gerade runter, als wir hier rausgegangen sind. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Ja. Ich würde dann ja auch... Ja. Schön. Ja. Ja, aber wohin? Oh nein, ganz einfach. Da? Nein, warte, 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 warte. So, einmal da. So, Geschwindigkeit aufnehmen. So, und jetzt bitte einmal dein, ähm, hellblaues Portal über dir. Da ist so ein Bon und das andere auf den Boing. Okay. Versuch's mal, ne? Auck. No, b Passat. Nah, am bagus. כל malesta. Wouldn't you... Warte! Ne, India. Du bist des K Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Oh, Intro! Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist das Geil, was ich gerade im Kopf habe, funktioniert gerade eh nicht, aber es ist gar trotzdem. Ich wollte es hier nochmal gebracht haben. So. Da, 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 da. Kannst du nochmal dein Dunkelblaus auf den Beschleunigungsgeln gucken, tun? Und deine Helmblaus, genau. So. Ähm, jetzt hätte ich dein, dein, da nicht, das ist blau. Nein, äh, hier muss eins hin. Au. Au. Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir das alles wieder nicht blau machen und dann da rüber, dann da raus, dagegen und da rüber. Das bleibt da und ein anderes kommt jetzt erstmal da hin. Jetzt warten wir erstmal, bis das alles wieder orange ist. So, und jetzt setzt du dein, da, da sitzt dein Fenster. Okay, und jetzt, äh, nein. Ach ja, stimmt. Hä? Was war das denn jetzt? Stimmt, ich komme ja durch meinem durch und nicht durch dein. Äh, denkfehler, ganz gut. Ganz gravierende denkfehler. Ähm. Aha. Das kann gehen, das kann gehen, das kann gehen, das kann gehen, das kann gehen. Ähm. Ja, wir brauchen nur noch Beschleunigungsgeln. Meinst du nicht, dass wir da jetzt, äh, wir müssen am besten jetzt irgendwie auf die Plattform und dann darunter und dann dagegen? Das, was ich meine? Vor allen Dingen brauchen wir erstmal wieder, ähm, ja, das Ding war doch gerade da, um hoch zu dem Wirf zu kommen. Jetzt kannst du erstmal wieder hier dran irgendwie, ähm, blaue Grütze machen. Und jetzt setzt bitte mal das hellblaue Portal hier an die Wand. Ich fühle mich durch. Ja. Ah, mir wird schlecht. Ich sollte das Motiv dieses Werks in Versagen ändern. Ab sofort lautet das Motiv dieses Werks nun, überleben, sehen wir, wie ihr damit zurechtkommt. Ah, mir wird schlecht. Ah, warte, 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 warte. Jetzt vielleicht? Du, garst. Ja, aber wie komm ich jetzt darüber? Ah, ich weiß wie, 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 ich weiß wie. Ähm. Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historisch... Ich würd' auch sagen, wir macht schluss. Was macht ihr denn noch hier? Oh, die Demontage ist defekt. Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicherweise, ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Äh, nee, ist klar.